So, hier ist der Frank Schuh von L.Waver Live mit einer Analyse zu Zoom, auf Wunsch. Und wir schauen mal eben kurz groß rein in das Bild hier in den Tagesschart. Wir sehen folgendes, hier unten haben wir die Welle 2 gemacht. Die hat einen Rücklauf gehabt von 99 Prozent, zumindest bei den Kursen, die ich habe. Das ist auch der Vorbehalt direkt. Also, wenn nun dieses Tief hier hält bei der 2, was es bisher getan hat, seit meinen letzten Analysen, laufen wir hoch in diese Welle 1. Die ist noch ein Stückchen weg. Bei 390 und bei der Geschwindigkeit, mit dem sich die Zoom-Aktie bewegt, wird das noch eine Ewigkeit dauern, denn die tritt ziemlich auf der Stelle. So, darunter haben wir erstmal eine kleinere 1, eine untergeordnete 1 bei 212 im 12-Stunden-Chart. Und darunter, wenn wir in den 4-Stunden-Chart gehen, da haben wir nochmal dann diese Bewegung dann hier. 1, 2, 3, 4, 5. So, das noch ein bisschen schön machen hier. Und dann wäre das jetzt die von meiner Seite aus präferierte Richtung und Bewegung, die der Markt geht. Bisher habe ich richtig gelegen mit Zoom, aber die hat jetzt nicht besonders viel Strecke gemacht. Wenn wir denn mal dann oben die 1 erreicht haben, dann werden wir hier in der Welle 2 nochmal einen Rücklauf haben, bis 120. Also, das allererste Ziel ist 122. Das hier sind Schlusskurse, also das ist der Schlusskurs von gestern, nicht aktuell fortlaufend. Schlusskurs von gestern 77, 83, nächstes Ziel 122, Rücklauf in der Welle 2 bei 86, dann wieder hoch in die Welle 3, 4, 5 in der Spitze. Im ersten Schritt oder im zweiten Schritt eigentlich, da erwarte ich ca. 212. Das soll es gewesen sein zur Zoom-Aktie. Es ist wie gesagt nicht viel Dynamik in dieser Aktie drin. Das könnte auch ein Langläufer werden, dann muss ich das ganze Zeug einfach immer weiter nach rechts verschieben. Denn über das Timing kann ich derzeit nicht viel sagen. Das war's, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann und Tschüss.